Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Outlet für Markenrelex-Sessel. Heute zeige ich Ihnen einen Spitzensessel von Hukla, nämlich den CR Cosi Relax 06, hier in Ausstattung mit drei Motoren, Herzwaageposition, Aufstehhilfe in Größe Large, bezogen Leder, Viva Anthrazit und die Metallteile sind in Schwarz, so wie ich das sehe. Sehr elegant, sehr schön gemacht. Was mir gleich auffällt, ist, dass das Leder sehr gut ist, sehr weiches Leder, tolles Leder. Also hier haben wir wirklich ein Hochwertprodukt. Ich bin 1,83, für mich ist der Sessel gut, ich bin vielleicht etwas klein, aber es ginge, ich würde mir den wahrscheinlich in Medium bestellen, aber als Schnäppchen könnte ich auch einen Large nehmen. Fernbedienung mit zehn Tasten, etwas verwirrend am Anfang, aber geht dann eigentlich ganz leicht. Hier unten sind die Schnelltasten. Ich drücke auf diese Taste, dann geht der Sessel in die Ursprungsposition zurück, Rücken hoch und Fußteil rein. So, das ist jetzt die normale Position, jetzt sehen Sie auch die Rückenhöhe, also ist schon recht hoch. Die Sitzhöhe geht eigentlich gut, ich komme also auch mit den Beinen noch runter und dann habe ich hier eine Aufstehhilfe integriert. Jetzt steht der Sessel fest, darf sich nicht drehen, aus Sicherheitsgründen. Jetzt kommt der Sessel hoch und kippt mich nach vorne. Okay, selbst wenn ich die Aufstehhilfe nicht brauche, sie hat viel Gewicht unten und stabilisiert den Sessel. Deshalb sind die Sessel mit Aufstehhilfe immer einen Tick stabiler wie welche ohne. So, und dann habe ich hier oben sechs Tasten. Hier kann ich alles separately steuern. Das obere Kopfteil, als erstes mal die Zunge raus, also ich kann auch nur die Zunge raus und den Rücken gerade lassen, wollen manche. Dann habe ich hier den Rücken. Am Rücken drangehängt ist die Herzwaage, das heißt der ganze Sessel kippt, je weiter Sie den Rücken runter machen und die Beine kommen hoch, optimierter Blutrückfluss. Und hier jetzt der obere Rücken. Der ist jetzt für mich etwas hoch, geht schon. Der ganze Sessel ist eher mittelsoft gepolstert, Siehts mittelsoft, Rücken soft. Siehts also richtig drin, ein schönes Lederpolster auch für das Armteil und was ich halt jetzt wieder gut finde, Rückstelltaste, nichts denken, alles geht in die Ursprungsposition und bei Hukla auch recht schnell. Fazit, toller, toller Sessel, absolut designorientiert, fein wirkend, Spitzenleder drauf, das aber auch imprägniert ist, also das auch was aushält. Absolut Spitzentechnik, Problem, das Ding kostet, wenn Sie es so konfigurieren, leicht über 3000 Euro im Fachhandel, wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier von Hukla direkt, hier ist mein Schild, aus einem Bestellfehler. Also es wurde irgendwas bei der Bestellung falsch gemacht und wir verkaufen das Ding jetzt für 1666 Euro plus Frachtkosten. Profi-Schnapp.de, Ihr Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel sagt Danke. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, bleiben Sie uns gewogen und ich würde mich freuen, wenn ich Sie mal hier in Empfingen beraten dürfte. Wir sind 50 Kilometer südlich von Stuttgart weg, 30 Minuten sind Sie da, direkt an der Autobahnausfahrt Empfingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Reinhardt von Profi-Schnapp.de.